So, heute werde ich euch mal zeigen, wie diese Musikbox funktioniert. Das ist die Musikbox hier in der Auberge und da machen wir jeden Abend zum Essen Musik mit. Als erstes müssen wir da ein 2-Mark-Stück, ein 2-Mark-Stück müssen wir als Geld da einschmeißen. So, dann suchen wir aus dem ganzen Angebot der Musik etwas raus, was wir hören wollen. So, das ist unser Angebot an Musik, die wir hier den Gästen abends immer zum Essen zur Verfügung stellen. Wir suchen uns also ein Stück raus, zum Beispiel dieses hier. Ja, exakt, ich nehme die 284. Die muss ich hier auf dem Keyboard 2, 8 und die 4 eindrücken. So, ich habe jetzt die Musikbox mal aufgemacht, der Titel ist gewählt und jetzt wollen wir mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Mit diesen Zahnrädern kann man ganz locker ein Karussell betreiben. Hier ist der Plattenvorrat. Das ist das Netzgerät und hier ist die Verstärkeranlage. Damit man mehrere Titel drücken kann, gibt es hier noch einen Memory. Hier, das ist der Münzzähler oder besser gesagt die Münzwage. Das ist schon nicht schlecht. Die Platte, die man gerade hört, wurde unter anderem in Deutschland aufgenommen. Und das ist der Bassist. Den kenne ich. Das ist der Bassist. 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 Vielen Dank.